Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Take a Look at Video zu Mario Sport Superstars. Wir zeigen euch jetzt heute die ersten, ja die eigentlich die gesamten 5 Disziplinen in einem kleineren Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Schnitt. Zack! Zack! So, das war jetzt der kurze Trailer zu diesem Spiel Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal zum Fußball Denn beim Fußball, ja, da gibt es einen Einzelspielermodus Und ich würde sagen, wir sehen uns direkt gleich im Match So, ja, wo sind wir stehen geblieben? Ganz einfach, es gibt in diesem Spiel beim Fußball ein Turnier Da haben wir teilgenommen Und ja, ich meine jetzt, ich habe hier Rosalina, wie man hier sieht Und ganz viele Toads Und unten sieht man eine Karte Also das Spiel läuft ganz normal mit 11 gegen 11 Und mit X, ist es X? Ne, Y Kann ich, ähm, flanken Also mit X, wie man es sieht Und mit A kann ich schießen Soweit ich jetzt richtig denken kann, ja So, mit Stolkotz kann man hier die Richtung Also man merkt, das ist alles viel realistisch Ja, nein Es ist viel realistischer als, ja, sonst in diesen Mario-Spielen, die es sonst gab Also das hat man hier mehr auf Simulation Wow Verdammt, okay Wir können auch foulen sogar Bloß, was ich ein bisschen schade finde Es gibt gar keinerlei Einsatz von Items Finde ich ein bisschen schade Aber Nintendo muss ich Komm, jetzt Nein Nintendo muss ich ja irgendwas dabei gedacht haben Zopp, mach schneller Äh Ui, 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 es war knapp Komm Franken Nein Ja, wie man weiß Es gibt Offline Und es gibt sogar Online-Optionen Gegen Fremde und gegen Freunde natürlich Gegen Freunde auch Das ist sehr wichtig zu erwähnen Ah, nice Komm Ah Ah Ja, Tor Ui, ui Endlich mal, ne Jetzt überspringen wir mal So, hoch Ah, schade Aber der Ball leuchtet Das bedeutet Wenn wir gleich den Ball haben Können wir gleich eine Spezialattacke ausführen Die kommt wiederum dem Mario Strikers Shard Bisschen näher Aber wenn nur noch ein bisschen Oh Gott Boah, das war knapp Gibt's Eckball Oh je Oh je Oh, das hat er gut gemacht Verdammt Okay Da hat er den Superball für sich ausgenutzt Also man müsste zweimal X drücken Dann würde automatisch dann dieser Ja Ja Nein Nice Oh Warum Also es macht schon mehr Spaß Als man erwartet Aber man muss trotzdem kein Ja, gutes, altes Mario Football erwarten Von den vorigen Teilen Es erfüllt seinen Zweck Spielt sich sehr realistisch Aber ist halt auch mal was Neues Also Ganz so schlecht ist es natürlich dann auch wieder nicht Oh, das war nicht so gut Besonders finde ich cool Diese Ein Also die Werbungen da oben Mit Soccer School Mit Mario und so drauf Richtig nice gemacht Oh, komm Oh Oh Oh, was Warum schießt die denn So Jetzt können wir gleich das hier Anschauen Oh Das war doch nicht so Das war doch nicht X Okay Ich hoffe jetzt mal nicht Dass er jetzt hier ausführt Das wäre nicht so Gut Oh, nee Komm Oh, nice Nein Glück gehabt Jetzt Also zweimal A drückt natürlich Oh Da haben wir Glück gehabt Aber der Ball war sicher im Tor Bringt uns natürlich jetzt einen Vorteil Und Ja gut Das ist glaube ich zu fest So Noch die zwei Minuten Nachspielzeit Dann würde ich sagen War es mit der Disziplin Fußball Um euch einen kleinen Einblick zu verschaffen Also man merkt Man hat viel mehr Realismus drin Als bei anderen Zeiten zuvor Und ah Schade So Halbzeit Aber bedeutet für uns jetzt Schluss Ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Disziplin wieder So Herzlich Willkommen bei Baseball Jetzt können wir natürlich auch ein Turnier anfangen Und ja Ich will euch jetzt hier aus ein paar Minuten Jetzt aus Diesem Spiel vorstellen Und zwar sind wir das Team Donkey Kong Und treten jetzt gegen das Team von Luigi an Und wir sind zuerst Die wo schlagen müssen So Ich kenne mich natürlich mit Baseball nicht so gut aus Aber Ja gut Okay Also man sieht hier oben auf dem Bildschirm Ihr habt hier bestimmte Gebiete Ja gut Das ist ja mies Also Oh man Strikeout Okay Das war kein gutes Beispiel jetzt für euch Das war extrem schlecht Also wenn der Ball Außerhalb des Bereichs ist Natürlich nicht schlagen Aber so haben wir ja Der war im Bereich Also muss man schlagen So Jetzt sieht man unser Yoshi Der läuft unten Und Wir können dann bestimmen Ob er weiterlaufen soll oder nicht Jetzt habe ich in dem Fall halt Bleiben gelassen Also er soll da bleiben So und jetzt Schauen Ah das ist doch eigentlich Ganz Nein Jetzt sind wir out Yoshi darf Nicht bleiben Wechsel Okay Es gibt einen Wechsel Jetzt werfen wir Und jetzt können wir bestimmen Okay Wo werfen wir hin Wir haben hier inzwischen die Option Also Wahl zwischen Fastball Ähm Oh das war jetzt schlecht Okay Wir haben zu lange gebraucht Ah direkt gefangen Das war gut Haben wir Glück gehabt Wie ging das nochmal Ah genau Mit den Schultertasten können wir einen Slider Einen Curveball Und einen Fastball Einfach mal Ja Einen Open Fastball nehmen Und Ja schade Jetzt wirft er Und Schade nicht mehr direkt An der Base Aber er ist jetzt safe Der Gegner An der Base Jetzt haben wir die Wahl wieder Nochmal So hier Schauen wie das ankommt Ah Okay Das war nicht so gut Nochmal Okay Pfff Foul Okay Nochmal Ach komm Ey komm Werf Schnell Ja gut Okay Was sollen wir jetzt machen In dem Fall müssen wir jetzt versuchen Richtig gut zu Werfen So Ganz schneller Fastball Aber habe ich auch in der Vergangenheit gelernt Die Treffen Also die Concepius treffen Immer diese Bälle Komm schnell Oh jetzt Gibt's doch nicht Verdammt Nochmal Siehst du die Treffen immer Genau Hoffnung dass jetzt Oh Jetzt gibt's doch nicht Also man merkt Also Baseball bin ich jetzt Überhaupt nicht gut Okay Können wir jetzt ein bisschen hier probieren Also das geht schon besser Probieren wir es nochmal aus Super Nochmal Nice Nochmal ein Fastball Oh Ein Foul oder Ja So Mhm Mal ein Slider Oh Oh Wie ein Foul Das war vielleicht ganz gut hier Zu werfen Naja Das war diesmal ja besser Jetzt komm werf Verdammt Okay nochmal Strike Probieren wir es nochmal aus Okay noch ein Strike Komm Nice Ist der schon mal out Wie Donkey Kong sich freut So Ich glaub das war's mit Baseball Wie man merkt Baseball kann extrem lange gehen Und ich würd sagen Wir sehen uns dann bei der nächsten Disziplin wieder So Sind wir jetzt beim Tennis Angelangt Und Da muss ich bereits schon sagen Hier erwartet euch eigentlich Das gleiche Spiel Ja Wie beim Mario Open Tennis Heißt der glaube ich Für Nintendo 3DS Und das ist wirklich 1 zu 1 Dasselbe Also Was ich bis jetzt hier gespielt habe Denn hier gibt es kaum Neuerungen Also Der Umfang ist natürlich auch weniger Ihr habt nicht die anderen Modi Wie beim Vollwerten 3DS Spiel Ihr habt das Tennis Spiel Mit den verschiedenen Tennis Plätzen Ihr habt Online Modi natürlich Und Die Charaktere Die ihr sowieso überall Standardhaft habt Und das war's auch schon Klar ihr werdet die anderen Charaktere Hier auch verwenden dürfen Das ist glaube ich kein Problem Aber sonst Ja Also es gibt ja eigentlich Nicht viel zu zeigen Es macht trotzdem viel Spaß Wie beim vollwertigen Spiel Für den 3DS Und das macht ja auch Das Spiel hier wiederum Sehr gut Bloß Es ist dann wiederum Eher was gedacht Tennis Für die Leute Die es bis jetzt noch nie So gespielt haben Für das ist ein Wir verlieren es hier auch Keine Zeit Und gehen direkt Zur nächsten Disziplin So Jetzt sind wir hier Beim Golf Und Auch hier muss ich direkt sagen Golf ist eigentlich Dasselbe wie bei Tennis Es ist Gab es auch schon mit Mario Golf World Tour Für Nintendo 3DS Spielt sich auch genauso Ist fast genau dasselbe Und Ja Eigentlich Klar Es ist Es ist nicht schlimm Wenn man das selber hat Man kann hier X in die Kamera Immer noch schauen Man hat den Wind Und man kann hier Wirklich immer noch Viel machen Also Es macht natürlich Schon richtig Bock Muss man auch sagen So Jetzt mal gucken Ob man das Vielleicht sogar Oh 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 Schade Das wäre das Video Schön gewesen Okay Der geht rein Ja Da eigentlich Mario Golf Hier Fast dasselbe ist Wie beim Vollwertigen Spiel Würde ich sagen Sehen wir uns dann Bei der Nächsten Disziplin wieder Bis dann So Jetzt befinden wir uns Hier beim Reiten Der letzten Disziplin Hier in diesem Video Und Ja Das Spiel Reiten Also ich meine Man muss hier Im Wettstreit Jetzt machen wir Ein freies Rennen Müssen wir reiten Wir können mit A Hüpfen Wir können mit B Spurten Wir haben hier Ja Schnelle Phasen Wir haben hier Möhren Um weiterhin hier Uns verschnellern zu können Und so weiter Und ja Ansonsten ist es ja Eigentlich auch nicht so Viel Besonders Es gibt keine Items Muss man auch schon mal sagen Komm Komm Schade Kommt die Möhre Neben uns Nice Okay Schon mal gut Der erster Platz Ey Bleib hinten So Zack 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 Ah Okay Wenn wir ein Ding voll haben Können wir X drücken Und kriegen einen Schub Auch noch wichtig zu erwähnen Und jetzt sind wir derzeit Auf dem ersten Platz Aber sieht man Gleich Und gerade da Da ist jemand Vario uns auf den Fersen Wenn ich Möhre einsammel Damit wir wieder Spurten können Und immer schön Die Sterne einsammeln Denn sobald ein Greis Sich gefüllt hat Können wir wieder Für eine kurze Zeit Uns ja Austoben Das war jetzt Bisschen ungeschickt von mir Ah genau Wenn wir zweimal A drücken Können wir höher springen So Hier ist eine Gerade Fläche Das war gut Das kann man sehr gut ausnutzen Wieder ganz viele Karotten So Das sieht doch schon mal Extrem Gut Aus Hier Hm So Der nächste Stern Ball wartet auch wieder auf uns Wieder vorne Mehr Karotten Fürs Pferd Ah Jetzt steckt die letzte Runde Vielleicht schon mal Einen guten Zeitpunkt Eher man den Letzten Worte Zu finden Denn danach Wird das Video enden Also Ich will noch nicht Ich will natürlich noch nicht So spielen Über das Spiel urteilen Ich will es gerne noch ein bisschen spielen Um zu schauen Ob die Langzeit Motivation Hier wirklich Ähm Ja Gut ist oder nicht Ja das müssen wir auch noch sehen Ja Das hier Nice Das war vielleicht ein guter Zeitpunkt Ja ansonsten Ähm Ja ich meine Wer Bock auf Ich meine Es ist auch nicht vergleichbar Marios Boss Mix Für die Wii Ja Marios Boss Mix Für die Wii Hatte ein bisschen Magics Sag ich jetzt mal Und das Spiel hat Dem fehlt so ein bisschen Die Magic Aber das Will ich noch nicht Vorweggreifen Das ist meine Meinung Nachher Ich meine Für 5 Disziplinen Ist es schon nice Ich meine Da kann man ruhig mal Sagen Yo Hat einen Online Modus Kann mit Freunden zocken Kann mit Fremden zocken Alles legitim Super Wirklich echt gut Ja Ansonsten Danke dass ihr zugeschaut habt Wenn es euch gefallen hat Sagt es euren Eltern Euren Freunden Euren Bekannten Und wenn es euch nicht gefallen hat Dann bald ist es für euch Ich bin ja Dennis Und sage Tschüss Bis zum nächsten mal Wenn es euch gefallen hat Untertitelung des ZDF, 2020